Ho ho ho, top die Wette gilt. Heute um 15 Uhr war es am Rewe Markt in Herzberg ganz weihnachtlich. Die Marktleitung hatte mit der Stadt Herzberg gewettet, dass es diese nicht schafft 50 Menschen als Weihnachtsmänner verkleidet zum Markt zu schicken, welche morgen Kinder wird's was geben singen. Diese Wette hat die Stadt natürlich gerne angenommen und letztlich konnte Bürgermeister Gerhard Walter einen Scheck in Höhe von 500 Euro für die Anschaffung einer Wärmebildkamera für die Freiwillige Feuerwehr in Herzberg entgegennehmen. Unter diesen Umständen war natürlich klar, dass neben Vertretern des Intercultura Centro Herzbergo insbesondere die Freiwillige Feuerwehr mit vielen Vertretern in entsprechenden Kostümen vor Ort war. Die Veranstaltung war voller Erfolg und die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß an dem Event. der die So viele Weihnachtsmänner und Frauen erschließen sind, ich glaube, durchzählen brauchen wir nicht. Die 50 habt dann locker, locket geschafft. Was für mich natürlich heißt, zur Hilfe habe ich die Wette schon verloren. Wenn die Weihnachtsmänner jetzt noch singen, dann bin ich ganz schön. Lass mich mal noch was. Ja, wir dürfen erstmal Danke sagen. Das ist das zweite Mal, dass unser Rewe-Markt hier an der W243 so eine Wette uns anbietet. Letztes Mal waren es 100 Leute, haben wir auch erfüllt. Ging damals auch an die Feuerwehr und jetzt waren es nur 50. Hat das mit der Einwohnerzahl zu tun? Könnte so sein, aber bitte. Man sieht es heute wieder, auch unsere Feuerwehr ist Verlass. Warum gerade Feuerwehr? Ich darf es allen nochmal sagen, unsere Feuerwehr, wenn man sie braucht, ist da. Verlass sehen wir heute wieder. Einfach fantastisch, bin stolz auf euch. Möchte sich eine Wärmebildkamera zulegen. Und so etwas kostet etwa 15.000 Euro. Und dann war unsere Idee, dann wollen wir doch das, was heute in wenigen Minuten dann erfüllt werden darf, die 500 Euro unserer Feuerwehr zugutekommen lassen. Herzlichen Dank dafür. Schön, dass auch die das Ganze unterstützen. Ich muss auch sagen, die Herzberger, wenn sie in den Hof sind, die sind immer da und helfen uns gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Dann wollen wir mal. Ich hatte noch ein bisschen gewartet. Sascha Schwerin, vielleicht kommt er später noch, wollte uns ein bisschen Geld helfen. Dann versuche ich es mal. Morgen, Kinder, wird es was geben. Aber für die Feuerwehr, dann kommen wir die nächsten Tage aufs Rüttel. Also wir sollen nicht 1, 2, 3, 4, 5 und sozusagen erst die Beine singen. Ja? Meinst du das dann auch? Die Melodie ist einem bekannt? Also Dirigentin, der Form war ich noch nicht. Einmal A Cappella. Die ersten zwei Zeilen singe ich nochmal vor und dann geht es auch los, damit wir die Tonlage haben. Ich brauch ein bisschen tiefer. Morgen, Kinder. Dann wird's was geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach. Heißer, dann ist Weihnachtstag. Wir werden die Stube gänzen von der großen Lichterzahl. Schöner als bei frohen Tänzen. Ein gebutzter Kronensaal. Wisst ihr noch wie voriges Jahr, es am heiligen Abend war. Herzlichen Dank. Ich habe gehört, es gibt auch Kakao und Glühwein. Also wir müssen noch nicht nach Hause gehen. Bleiben wir noch ein bisschen unterhalten und freuen uns über die gewonnene Wette. Herzlichen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020